Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Mit dabei sind der Fischkopp, die Jolle und der Jack Fleischhammer. Und ich bin bereit. Ganz kurz. Schreibt mal eure Bubis. Es ist eine Beta. Es ist eine Beta von diesem schrecklichen Slasher-Spiel. Wenn ihr unter 18 seid und Herzprobleme habt, schaltet jetzt ab. Ich habe Herzprobleme. Tschüss. Direkte Warnung. Ich bin auch raus. Wir müssen uns kurz vorstellen, die Jolle ist die nette, dunkelhäutige Dame da drüben, Claudette Morell. Claudette. Ja, und ich habe Kill schon im Gesicht stehen. Ich finde das nicht gut. Ja, ich finde das aber sehr nett. Aber die schwarze stirbt zuerst. Das ist immer so. Und sieht auch noch rot an. Dann habe ich Jack Fleischhauer. Als Dwight Fairfield. Ja, mit Hipper-Krawatte und Hippie-Wäste. Sieht ja relativ ähnlich, finde ich. Ja, das stimmt. Eigentlich genau so sieht Jack Fleischhauer aus, meine Damen und Herren. Das stimmt. Nur mit weniger Koteletten. Und mehr Bauch. Und ich bin, wie heiß ich? Ich heiße MacThomas. Ich bin Studentin. Und so sieht Fischi aus, wenn er rasiert ist. Genau so sehe ich aus. Jetzt wisst ihr schon, wie er aussieht. Ja. Und ich habe gehört, der Miniars ist der Mörder. Ja. Ja, ja, ja. Und so sieht Miniars übrigens auch aus. Ohne Maske. Der Spielprinzip ist dementsprechend einfach. Wer es noch nicht kennt. Survivor gegen den Mörder. Quasi. In einer Karte. Wir müssen überlegen. Genau. Und die Survivor können gewinnen, indem sie drei von vier Generatoren anschmeißen. Dadurch geht ein Ausgang auf und dann können wir entfliehen. Genau. Der Mörder muss einfach vier, also die Leute, die drei Leute jetzt in dem Fall aufhängen. Aufs lustigen Haken. Das werdet ihr dann gleich noch sehen. Learn it on the fly, oder nicht? Ja. Wir können uns gegenseitig helfen und so weiter. Ja, lass uns doch einfach mal spielen. Ja. Miniars hört jetzt nicht mehr zu und dann ... Nö. Stimmt. Ich meine, wir müssen halt sagen, wir haben jetzt zwei Runden Probe gespielt. Und Profis sind wir noch nicht. Ähm, und ich hab noch nie Mörder gespielt. Ich bin aufgeregt. Ja, also normalerweise sollten sich die Überlebenden natürlich untereinander absprechen. So, dass der Mörder das nicht hört, was sie sagen. Aber wir finden es erst mal lustiger, uns das so zu geben. Deswegen wurde ich zuerst gewählt, weil ich kann damit eh nichts anfangen mit den Informationen. Oh oh. Vielleicht tauschen wir ja später mal. Wir tauschen auf jeden Fall. Ganz bitte, ja. Dass er ja jetzt auch den Raum wechseln muss, ne? Dass der Mörder einfach mal nicht da ist. Ach so, ja. Das werden wir tun. Okay, also, Generatoren. Generatoren. Zusammen bleiben. Ihr seid ja nicht bei mir. Nee, nee, nee. Zusammen bleiben. Jeder hat einen Generator oder nicht? Es gibt übrigens wesentlich mehr als vier Generatoren, ne? Echt? Aber man muss nur drei anmachen, oder? Ich ... wir ... keine Ahnung. Ach so, man hört den Mörder durch ... durch ... ähm ... Herzklopfen. Ja, endlich nen Herzschlag. Und je lauter er wird, desto näher ist er. Äh ... Ich hör keinen Herzschlag. Ich hör keinen Herzschlag. Dann ist nichts los. Entspanne dich. Oh, wie er auch nix sagt. Ah! Ah! Lass mich! Lass mich! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beschissene Ekel. Ah! Ah, komm her! Kleines Mädchen! Alter! Das ist was! Scheiße! Wer ... wer ... wer schreift denn hier rum? Hilf mir doch mal! Was? Nein! Ich bin in der Sacka-Klasse! Sehen Sie rennen! Lauft Leute. Lauft! Lauft! Lauf Schlappe! Lauf! Lauf Schlappe! Lauf! Okay. Ich will hier nicht mehr sein I see you Alter, ist das gruselig Ich kann dieses Spiel spielen, wir können jetzt bitte hier auch sofort I see you Alter, der denkt sich ja sachen aus, der sieht uns gar nicht Ey, wer kommt denn hier her? Hau ab Geh weg Das hab ich noch nie gemacht, ich hab noch nie als... Was macht ihr denn da? Check, check Was machst du? Was machst du denn? Lauf, lauf Kannst du den bitte ablenken? Ich kann nicht, ich kann nicht Es gibt Alternative in diesem Spiel Nein, nein, nein Oh Gottes Willen Hast du ihn? Ich tu dir auch nicht weh, ich muss nur kurz das Blut abstreifen Er will dir weh tun, er lügt, er lügt Er will dir weh tun Er hat gesagt, er tut mir weh, er ist zu schnell, er ist schnell Es geht nur knapp nebendran Eine kleine Chance gibt's noch Hier ist ne Hacke Boah, sei irgen fies Weiß nicht, wie das geht mit dem Reparieren Ja Wie, einfach nur drücken und dann Space Du musst die Leertaste drücken, wenn das... Wenn das? Alles gut Oh Ich... Oh, kannst du nicht ausruhen Dahin Oh Gott Das ist nicht schlimm Oh Gott, ich kann mich hier auch nicht konzentrieren Jack, halt durch, halt durch, halt durch Über Funk sag ich jetzt meinen Kollegen, dass der böse Mörder hier... Oh nein Jack, Jack Ja Halt durch Oh Gott Probierst du jetzt... Alter, war das Nein, nein, nein Lauf, kleines Mädchen, lauf Du Arsch Nimm ihn runter, nimm ihn runter Nimm ihn runter, nimm ihn runter Nimm ihn runter, nimm ihn runter Danke Ah, warte Ah Ich bin... Ah Oh mein Gott, ich kann dir nicht helfen Ich kann dir nicht helfen Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg Lauf, 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 lauf Ich bin in meine eigene Falle getreten Was, das geht? Ja, das geht Das geht nicht? Ja, ich bin in die eigene Falle getreten Super Das kann doch nicht sein Das ist doch nice Schönes Spiel Ich hab... Geht schon? Ich hör' ich Das ist ja geil, man hört die jetzt Hä? Man hört die schreien Ich hab ne Map gefunden, Jungs Und ich weiß nicht, was ich damit machen muss Vielleicht kannst du da drauf sehen, wo die Generatoren sind Ja, da steht Readmap Hast du schon einen Generator angekriegt? Ja Kann man den ausmachen? Nein, geht nicht Probier's Pinnen die ihn Das geht nicht Oh Gott, dieses Spiel, ey Okay, ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben Wo seid ihr? Ich bin nicht mehr da Alles ist gut Ich glaub, ich mach... Ich glaub, man muss sie einfach fertig lesen Diese Kack-Map Fertig lesen? Du bist doch drauf, Alter Ah, shit Check, halt durch Das tut gar nicht weh Das tut doch weh Ich hilf dir nur mit deinen Rückenproblemen Oh Gott, das war vor mir Schon wieder ich Komm Komm, mein Kleiner Häng mich mal nicht an, Haken, bin ich gleich Hey Woher kenne ich eigentlich mit Generatoren aus? Scheiße Jack, 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 wo bist du? Mach's gut, Jackie Ich bin weg Ich häng' dir zweite Mal Was, echt jetzt? Jolle, Jolle Ja Jolle, alles gut Ja Ja Wie viel brauchen wir noch? Brauchen wir drei oder vier Generatoren? Ich weiß es doch auch nicht Ich glaube zwei Unten links steht eine Zwei Macht das Sinn? Ja, vielleicht Maybe I don't know Sieht man wirklich Spuren? Ja, man sieht Spuren Ja Wenn man rennt Du darfst nicht rennen, Fischi Nicht rennen Achso, oh Dann sieht er deine Spuren Achso, man sieht die Spuren Mhm Sieht man die Spuren? Ja Jetzt hab ich aber keine Ahnung, wo ihr seid Verdammt Das finde ich gar nicht so schlimm Oh, da hinten Oh Wenn die jetzt hier reich aufhören, ne? Boah, ey, das ist so Ich bin so angespannt, ey Es ist Man kann auch gar nichts sagen, ne? Nein Wo seid ihr? Weil Minyas auch noch als Mörder hier mit uns dritte sitzt, ne? Das ist dann auch ein bisschen Ich finde das viel besser so Nein Ich finde das viel emotionaler Nein, das ist nicht besser Es ist schon jetzt Wach Doch Das ist wie die Stimme im Kopf Alter, Fischi, machst du überhaupt was? Alter, Katsuba Oh, nee Du könntest es schaffen Du irgendwo noch ihren Findest Das ist gar nicht so schlimm Mit wem redest du? Mit dir Das ist sehr gut Okay Alter Boah, die Musik, ne? Ey, leg mal das Füße Ich will nie wieder spielen Ich werde es deinstalliert Komm, meine Kleine Fischi, Fischi Was ist mein Team? Ich habe einen ganz frischen Haken Fischi, lauf Sag meinem Mann, dass ich ihn liebe Ganz frisch Tut nicht weh Ist wie ordentlich Oh, holy shit Bist du das erste Mal am Haken? Ja Ja Nein Au, shit Oh Was, wie, wo Ich lebe, ich lebe, ich lebe Ich lebe, du mieser Motherfucker Ich lebe Ah, aua Das ist gemein Come on, come on Digga, ich habe dich doch nicht bekommen Bitte Nein, ist alles gut Lass es zu Lass es zu Oh Gott, Fischi, ich lebe noch Fischi, Fischi, Fischi Oh, Gott Das ist zu Jolle, die Tür geht auf Jolle, die Tür geht auf Fischi Jolle, die Tür geht auf Du willst mich da jetzt verarschen Du willst mich da jetzt hier nicht hängen lassen Du musst am Leben bleiben Ich mach doch schon Holy shit Holy shit Lauf, Fischi Lass mich hier Lass mich hier Ich kann nicht weg Oh, ich bin tot Ich bin tot, lauf Oh Gott Bist du doch am Leben? Nein Ich bin tot, lauf Achso, ich bin tot Eigentlich dürfen wir auch nichts sagen, oder? Geht so ein verdammter Aufgang Oh, oh Hast du gesehen, was passiert ist? Ne Was ist passiert? Ich glaube, da wartet irgendwas auf dich Oh, Gott Komm doch, du kleine Fischi Vielleicht findest du hier eine Kiste Und dann hast du vielleicht ein Medikit drin Ich hab einen Topf Wasser für dich Ich hab einen Da kannst du schwimmen Mama Ich weiß auch gar nicht, wo der Ausgang wäre Wenn ich hin Habe ich ihn jetzt überhaupt aufgemacht? Es gibt zwei Es gibt zwei Ausgänge Zwei Du müsstest theoretisch wieder zurück Echt? Ja Es gibt zwei Ausgänge? Ja, es gibt zwei Das habe ich auch gesehen Aber da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr reparieren Ne, brauchst du nicht Wahrscheinlich, für den zweiten Ausgang Musst du wahrscheinlich mehr Strom machen Ich weiß es nicht Sag mal, ich bin jetzt Wie sieht denn so eine Kiste aus? Wo ich was finden könnte drin? Wie eine Kiste? Da ist ein Headpack da vor dir Ne, der zweite Ausgang ist zu Du brauchst mehr Strom Nice Ich hab extra für dich nachgeguckt, kleiner Fisch Oh nein Genau jetzt Was? Musst du der Taste nochmal drücken Echt? Liegt nochmal da Liegt nochmal da, glaube ich Oder? Ne, das ist kaputt gegangen War nur dein Blut Was soll denn der Scheiß? Einmal Bei mir backst du jetzt rum Mit dieser Animation Dich zu verbinden Das tut mir leid Es liegt auch vielleicht daran Dass ich mir gar nicht mehr Geradeaus denken kann Ich will einfach nur nach Hause Ich will mal Teddy mehr Ich will zu meiner Mutter Ich will wieder Tennis spielen Ich will mal neuen Bikini ausprobieren Ich will auch mal Lass uns doch einfach jetzt ein Deal machen Ich lade dich auf eine Pizza ein Und nimm dich mit in meine Studentenverbindung Das klingt gut Und da kannst du dann machen, wenn du willst Und da stell ich dich ein paar Leuten vor Vielleicht könnte ich auch mal als Mörder So ein bisschen so Nein, du darfst nicht reinhalten Aber du kannst mal gucken Okay, ich habe jetzt einen Plan Der ist gut, der ist gut Oder? Ja, ja, ist er Da hast du gesehen Oh, 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 oh Hinter den Stein Hinter den Stein Er kommt dich holen Sag mal, du bist jetzt auf welcher Seite? Ha! Ha! Ich glaube Ich glaube Ich glaube Ich glaube Ja, es ist gut Ich glaube Jawohl Nice Oh mein Gott Ist das Spiel aufregend Absolut Ich will auch mal der Mörder sein Ich will auch mal der Mörder sein Darfst du sehr gerne Hast du dir hinter mir durchgeschlissen? Erschlichen? Ich habe irgendwie Ich habe ein bisschen auf das Herz klopfen geachtet Und bin irgendwie um dich rum Es war sehr aufregend Ich muss jetzt erstmal eine Pause machen Ich würde sagen Das war jetzt erstmal die erste Folge, oder? Absolut Wir legen uns trocken Und danach wechseln wir die Rollen durch Außerdem kann ich dich die ganze Zeit In dieser Stimme sprechen Mit jeder Verkogel Hör auf einfach Okay Ich habe Halsschmerzen, Schätzelein Bis dann Danke fürs Zugucken Tschüss Tschüss